Von hinten, ne? Du musst breit, du hast ganz schön geklappt, ne? Ja, gut, aber das ist schön glatt, weißt du, weil die mit Raube geschoben haben. Ja, gut, 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 gut. Nein, das passt ja nicht. Das muss ja nicht mit der Hilfung sein, weil das ja... Du bist auch befeilig. Du hast die Automativen aufgenommen. Ich glaube, du kommst nicht mal raus, sondern draußen. Wir können auch nicht mehr aufhören. Nein, das geht nicht so schnell. Ach so, die Füße. Ach so, die Füße. Ach so, die Füße. Das war die Tüße. Das wird auch wieder aufhören. Du musst nicht die Füße holen, ich dachte. Das lässt schon ein bisschen auf. Ich hätte gar nicht auf verzichtet. Das lässt noch. Das lässt sich nicht mehr aufhören. 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 So, die sind alles gut. Das lässt sich nicht mehr aufhören. So, ne? Doch, ich fühl's frisch. Ja. Ja, ja. Ja, du hast es an! Ja, das war ja so. Ja, das war ja so. Ja, das war ja so. Ja, ja. Also, das war ja schön. Das ist doch gesucht. Das soll dieser Eistritt sein, ne? Falls er ein gilt. Was exterminiert? Werktiere sich? Was savoir? Ja, ganzdan! Ja, ganzdan! Wer wird denлюert? Das war's für heute. Vielen Dank.